Ich zeige euch heute, wie ich diese Mütze mit Reliefstäbchen von vorn und von hinten häkle. Diesen Anfang habe ich gestern Abend bereits vorgearbeitet. Wie das Ganze geht, werde ich euch an einer kleineren Mütze zeigen, damit das Video nicht zu lange dauert. Hier bin ich dann bereits bei den Abnahmen. Verwendet habe ich von Headnatt die XL 55. Die hat eine Lauflänge von 55 Meter auf 50 Gramm und besteht zu je 50 Prozent aus Schurwolle und Polyacryl. Ich habe für die Mütze hier 56 Maschen angeschlagen. Das Muster muss durch 8 teilbar sein. Die Mütze passt für einen Kopfumfang von ca. 56 Zentimeter. Ihr müsst hier in 8er Schritten vorwärts oder zurückgehen. Also statt der 56 entweder 64 Maschen oder 48 oder 40 Maschen anschlagen. Und genau das werde ich nun tun, damit ihr seht, wie der Maschenanschlag funktioniert, werde ich nun 40 Maschen anschlagen und das wird dann eine Mütze für ein Kleinkind werden. Aber das System ist natürlich gleich. Das dreht sich jetzt nur um das Video, dass das nicht zu lange wird. Ich schlage also 56 statt 56 40 Maschen an. Ich häkle hier mit Häkelnagel Nummer 6. Dann steche ich in die erste Masche ein und arbeite eine Kittmasche. Darauf achten, dass sich der runden Beginn nicht verdreht. Nun drehe ich die Luftmaschenkette leicht nach vorn, leicht nach vorn, steche nun hier in die erste Schlinge ein und arbeite eine Luftmasche. Dann nehme ich einen Umschlag für das erste halbe Stäbchen, steche in die gleiche Masche ein und häkle ein halbes Stäbchen. Noch einmal ein Umschlag in diese querliegende Schlinge einstechen und ein halbes Stäbchen häkeln. Hier ergibt sich dann eine schöne Kante, deshalb steche ich stets bei einer Mütze, bei der der Anschlagrand dann vorne am Gesichtsausschnitt liegt, steche ich bei dem Anschlag in diese hintere querliegende Schlinge, weil mir einfach diese Kette hier dann gut gefällt. Und so häkle ich dann ringsum, bis alle 40 Maschen mit einem halben Stäbchen behäkelt sind. Ich bin nun hier bei der 39. Masche. Das ist die 40. Und nun beginnen die Reliefstäbchen. Ich schließe also die Runde nicht, sondern arbeite gleich in Spiralen weiter. Ich lege einen Umschlag um die Nadel, steche um das erste Stäbchen, das hier ist diese Luftmasche vom Anschlag, die übergehe ich, um dieses erste Stäbchen herum ein und arbeite ein Reliefstäbchen von vorn. Dann nehme ich wieder einen Umschlag, steche wieder ein um die Masche herum und arbeite das zweite Reliefstäbchen von vorn. Noch eines, also insgesamt vier Stück und nochmal. Nun habe ich vier Reliefstäbchen von vorn, jetzt mache ich vier von hinten. Ich nehme wieder zuerst einen Umschlag, steche dann von hinten nach vorn, um die Masche herum ein und arbeite das Stäbchen. Einen Umschlag von hinten nach vorn und wieder nach hinten um die Masche herum einstechen und ein Stäbchen arbeiten. Nun habe ich zwei, noch zwei von hinten und das vierte. So und nun wieder vier von vorn, also hier steche ich wieder von vorn nach hinten und wieder von hinten nach vorn. Vier und jetzt wieder vier von hinten. Vier und jetzt wieder vier von hinten. Und wieder vier von vorn. Und deshalb muss das Muster auch durch 8 teilbar sein, weil wir vier mal von vorn einstechen und vier mal von hinten, damit am Ende der Runde eben das Muster auch aufgeht. Das vier Reliefstäbchen von hinten auf die vier Reliefstäbchen von vorn beim runden Beginn treffen. Einen Umschlag von hinten nach vorn und wieder nach hinten um die Masche herum einstechen und ein Stäbchen arbeiten. Nun habe ich zwei, noch zwei von hinten und das vierte. So und nun wieder vier von vorne. Also hier steche ich wieder von vorn nach hinten und wieder von hinten nach vorn. Vier und jetzt wieder vier von hinten. Und jetzt wieder vier von hinten. und wieder vier von vorn. Und deshalb muss das Muster auch durch 8 teilbar sein, weil wir vier mal von vorn einstechen und vier mal von hinten, damit am Ende der Runde eben das Muster auch aufgeht. Das vier Reliefstäbchen von hinten auf die vier Reliefstäbchen von vorn beim runden Beginn treffen. Okay. 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 So und noch ein Mustersatz, dann sind wir am Ende der Runde oder Spirale. Wir arbeiten ja nicht in runden, sondern spiralförmig. also nochmals vier von hinten. Also nochmals vier von hinten. Und nun sind wir also am runden Beginn. Und nun geht es auch wieder nahtlos weiter mit vier Reliefstäbchen von vorn. Also hier ist dann der runden Übergang, der dann kaum sichtbar sein wird. Auch nicht beim Farbwechsel, den wir in der folgenden Runde vornehmen. Also wir häkeln jetzt einfach eine Runde wie zuvor auf die Reliefstäbchen von hinten. kommen auch wieder Reliefstäbchen von hinten. Und auch die von vorn. Auch wieder von vorn. Und wenn diese Runde dann gearbeitet ist, werden wir die Farbe wechseln. Stets nach drei Runden wechselt die Farbe und auch das Muster. Ihr seht die Reliefstäbchen von vorn, die legen sich etwas über die Arbeit. Und die Reliefstäbchen von hinten legen sich nach hinten. Da bildet sich auch so eine Treppe. Die eben bei den Reliefstäbchen von vorne auf der Rückseite zu sehen ist. Und ich bin gleich wieder am runden Ende und werde dann die Farben wechseln. Deshalb bei dem letzten Reliefstäbchen von hinten nur bis zum vorletzten Arbeitsschritt arbeiten. Also wenn noch zwei Schlingen auf der Nadel sind, wechsle ich bereits die Farbe. Diese Masche arbeite ich also bereits schon mit der neuen Farbe ab. Und nun beginnen die Reliefstäbchen von hinten. Also da wo vorher von vorne gearbeitet wurden, werden jetzt von hinten gehäkelt. den Anfangsfaden häkle ich gleich mit ein, damit ich ihn nicht vernähen muss. Nun habe ich vier und die nächsten vier arbeite ich jetzt von vorne. Also auf die, wo zuvor von hinten gearbeitet wurden, werden jetzt die Reliefstäbchen von vorne gehäkelt. Und ihr seht den runden Übergang, den sieht man nicht. Deshalb mache ich hier keinen runden Schluss, sondern kann hier gut in Spiralen weiterarbeiten. Ich zeige euch jetzt noch einmal den Übergang. Deshalb habe ich am Anfang eben auch nur 40 Maschen angeschlagen. Um das Ganze euch zu zeigen, reicht das vollkommen. Die Abnahmen zeige ich euch dann an der richtigen Mütze. So, und nun bin ich bei den letzten vier. Hier habe ich eben zuvor mit Reliefstäbchen von hinten geendet. Jetzt ende ich eben folgerichtig mit Reliefstäbchen von vorne. So, und nun geht es auch ohne Übergang weiter, wieder mit den Reliefstäbchen von hinten. Und ihr seht, der runden Übergang ist eigentlich nicht zu sehen. Und deshalb arbeite ich solche Muster gerne in Spiralen. Probiert es einfach mal aus. So, nun komme ich hier bei unserer richtigen Mütze. Hier habe ich nun stets drei Runden in Türkis, in Terrakotta, Türkis, Terrakotta und eine in Türkis gearbeitet. Das heißt, wir haben drei, sechs, neun, zwölf, dreizehn Runden ab Einschlag. Und nun beginnen die Abnahmen. Hier ist mein runden Übergang. Und ich werde nun in jedem zweiten Kästchen eine Masche abnehmen. Das geht wie folgt. Das erste, die erste, das erste Reliefstäbchen häkle ich noch wie gewohnt. Ich werde also stets die mittleren zwei zusammenfassen. Dafür nehme ich einen Umschlag auf die Nadel. Im Moment, ich fasse im nächsten Kästchen zusammen. Dort sieht man es weniger. Deshalb mache ich das bei den Reliefstäbchen von hinten, die Abnahme. Weil sich dort die Maschen ja mehr in den Hintergrund legen und man es nicht so sieht. Also das erste von hinten noch ganz normal häkeln. So, und nun die folgenden zwei. Dann nehme ich eine ab. Ich arbeite einen Umschlag, hole den Faden durch und ziehe den Faden durch die ersten zwei Schlingen. Und nun arbeite ich diese nicht ab, sondern häkle gleich die nächste Masche. Umschlag. Von hinten einstechen und die ersten zwei Schlingen abhäkeln. Nun habe ich drei Schlingen auf der Nadel. Ich hole also noch einmal einen Umschlag und masche alle drei Schlingen auf einmal ab. Nun habe ich hier nur drei Maschen in der folgenden Reihe. Jetzt kommen wieder vier Reliefstäbchen von vorne. Und in den folgenden nehme ich wieder eins ab. Das erste häkle ich wie gewohnt. Dann Umschlag, Faden holen und durch die ersten zwei Schlingen, wieder Umschlag, Faden holen und durch die ersten zwei Schlingen und die drei zusammen abmaschen. Das letzte wieder normal. Dann kommen wieder vier von vorne. Und wieder von hinten. Und wieder abnehmen. Das erste habe ich gebetet. Und das zweite, wie beschrieben, zwei Maschen auf einmal abmaschen. So, nun bin ich hier bei der letzten Abnahme. Ich masche also wieder zwei Maschen zusammen ab. Und nun bin ich an der Stelle, an der die dritte Reihe oder Runde mit Türkis beginnt. Die ersten vier arbeite ich wieder ganz normal. Mit Reliefstäbchen von vorn. Nach dieser Runde kommt dann der Farbwechsel. Und jetzt nehme ich hier über den folgenden Maschen wieder zwei Maschen ab. Über den folgenden drei. Das erste häkle ich noch ganz normal. Die zweite häkle ich nun um diese zusammen abgemaschte zwei Maschen der Vorrunde. Hole dann wieder den Umschlag. Und arbeite bereits das nächste. Und schlinge dann die drei Maschen zusammen ab. Die drei Schlingen. Dann wieder vier Reliefstäbchen wie gewohnt. Dann das erste wieder ganz normal. Reliefstäbchen von hinten häkeln. Das nächste um diese zwei abgemaschten der Vorreihe. und gleich im Anschluss das nächste beginnen. Und dann die drei Schlingen zusammen abmaschen. Wieder vier wie gewohnt. Das nächste wieder normal. Von hinten. Und dann wieder um diese zwei abgemaschten der Vorrunde. und gleich im Anschluss das nächste. Und alle drei Schlingen auf einmal. Und so häkeln wir nun wieder bis zum runden Ende. So nun bin ich am Ende angelangt. Ich arbeite gerade meine letzte Abnahme. Und dann findet der Farbwechsel statt. Ich werde also hier den letzten Arbeitsschritt bereits mit der neuen Farbe arbeiten. So und nun beginnt sowohl der Farbwechsel als auch der Musterwechsel. Ich habe eben drei Runden. Nun werde ich hier über diesen Reliefstäbchen von hinten arbeiten und auch die Abnahmen. Das erste wie gewohnt ganz normal. Und über den nächsten zwei arbeite ich jetzt eben die Abnahmen wie gezeigt. Und die drei Schlingen zum Schluss. Dann kommen jetzt hier nur zwei Reliefstäbchen von vorn. Weil in diesen Kästchen haben wir ja bereits schon abgenommen. Und jetzt kommt wieder ein Kästchen mit Reliefstäbchen von hinten. Das heißt das erste normal. Und über den nächsten zwei nehme ich eine Masche ab. Weil ich eben diese zwei Maschen zusammen abmasche. Dann kommen wieder ein Kästchen mit Reliefstäbchen von vorn. Ihr seht hier umschlinge ich diese zwei zusammen abgemaschten Stäbchen von der Vorrunde. Und jetzt wieder die von hinten. und so arbeite ich eben wieder rund herum, bis das Ende der Runde erreicht ist. So, nun bin ich am Ende der Runde angelangt. Ich ende also hier jetzt mit zwei Reliefstäbchen von vorn. Und arbeite nun gleich im Anschluss die Reliefstäbchen von hinten. Hier ist der Rundenübergang. Hier beginnt meine zweite Runde mit Terrain. Nun mache ich das wie zuvor. Das erste häkel ich noch wie gewohnt. Und die nächsten zwei häkle ich zusammen ab. Hier findet also wieder meine Abnahme statt. Dann kommen zwei Reliefstäbchen von vorn. Und dann wieder eines von hinten. Und eines bei dem die Abnahme stattfindet. Zuerst ein ganz normales Reliefstäbchen von hinten. und das folgende wird zusammen abgemascht. Von vorn zwei. Eins von hinten. Und das folgende zusammen abmaschen. Zwei von vorn. Eins von hinten. Und das folgende zusammen abmaschen. Zwei von vorn. Und das folgende normal. Und das folgende zusammen abmaschen. Zwei von vorn, ein normales von hinten und die folgenden zwei zusammen abmaschen. Zwei von vorn und nun ist meine Runde beendet und die folgenden Abnahmen beginnen. Und zwar werde ich nun diese zwei Reliefstäbchen von hinten jeweils zusammen abmaschen. Also gleich das erste, nur bis zum vorletzten Arbeitsschritt und mit dem folgenden zusammen abmaschen. Dann wieder zwei von vorn und die folgenden beiden zusammen abmaschen. Und so häkle ich dann auch rundum, bis die Reihe beendet ist. Das geschieht jetzt stets schneller, weil die Maschen ja immer weniger werden. Wir haben am Ende der Runde je Mustersatz nur noch drei Maschen, also 21 insgesamt. Wir haben ja sieben mal acht Mustersätze. Und hier endet es mit zwei Mal zwei Reliefstäbchen von vorn. Das ich hier bereits mit dem nächsten Faden, mit der neuen Farbe abhäkle. Nun beginnt hier die Reliefstäbchen von vorn. Also um die zwei zusammen abgemaschten Maschen arbeite ich ein Reliefstäbchen von vorn. Und hier findet die Abnahme statt, bei den Reliefstäbchen von hinten. Also diese zwei Masche ich zusammen ab. Da arbeite ich wieder eins von vorn und diese beiden Masche ich zusammen ab. Wieder eins von vorn und diese beiden Masche ich von hinten zusammen ab. Wieder nur eins von vorn und diese beiden von hinten zusammen abmaschen. Und wieder eins von vorn und die beiden von hinten zusammen ab. Und wir enden mit zwei von hinten zusammen ab. So, nun noch eine Runde. Und zwar werden jetzt fortlaufend zwei Maschen zusammen abgemascht. Das folgende Reliefstäbchen von vorn arbeiten und das nächste von hinten. Und die Maschen zusammen abmaschen. Das nächste wieder von vorn und das folgende von hinten. Und die drei Schlingen zusammen abmaschen. Und wieder das erste von vorn und das zweite von hinten. Und zusammen abmaschen. Von vorn und von hinten. Von vorn und von hinten. Und noch ein letztes Mal. Von vorn. Von vorn und von hinten. Von vorn und von hinten. Dann lege ich ihn auf eine Nadel. Die andere Farbe schneide ich auch ab und ziehe sie nach innen durch. Und ziehe hier nun nach und nach diesen Endfaden durch die letzten Maschen. Dann noch eine zweite Runde. Dann ziehe ich den Faden nach innen. Dann ziehe ich den Faden nach innen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Die andere Farbe. Dann lege ich mir. Dann lege ich den Faden. Dann lege ich das. Die andere Farbe. Dann lege ich das. Vielen Dank.